Welche Zahl hast du gerade eingegeben? 4 8 15 21 Lauf. Execute. Ich muss den Code eingeben, ich muss die Taste drücken! 4, 8 ... 15 ... 22 ... Exegue Vier Acht Zehn Sechze Zehn Sehn Zehn 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 Zwick Zwick Zehn 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 und 23 mit der Mega-Zeit 42. Und 23 mit der Mega-Zeit 42. Und 23 mit der Mega-Zeit 42.